so weiter geht's die große aufräumaktion hatte schon immer noch hier spiele und bla und zack und bums übrigens es gibt eine neue waffe haben wir freigeschaltet eine acker 47 kostet allerdings 2000 dollar bist du ein typ du hast ja hinten grüne kennzeichen was das denn für ein scheiß steck aus durch diese grüne junge aber hier rallye streifen damit ist das auto ja schon direkt 100 km h schneller ja nein nicht wirklich die 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 so motor gucken papiere so licht 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 nicht 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 schlecht und dann gucken wir erstmal hier ob wir irgendwo ein reptil finden wie immer wichtige telefonanruf scheiße das bin ja ich hallo ich habe da irgendwo eine schlange hier selber die typen aber erst mal muss ich hier hallo ich denke ich bin hier ganz polizei verdammt und nicht hier kripo komisches land hier wollte ich nur sagen ja 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 aber wie ist das ruhe vor dem verkehr ich muss dann wahrscheinlich ist es einmal komplette runde müssen aber ein wagen gepimpt auf 300 km h passt das nenne ich mal geschwindigkeit junge junge du sollst nicht gegen die wand waren im dunnel ist ja höchst gefährlich ich weiß ich könnte auch anders fahren aber so ist es einfach da kann ich mich schlecht verfahren ich glaube 81 gab es noch keine navis da geht mir das herz auf junge du sollst nicht gegen die wand waren im dunnel ist ja höchst gefährlich du auch so ist nicht mehr weit ist nicht mehr weit da ist es doch schon wie geht es zurück zum taport durch doch kann ich da hinfahren wahrscheinlich ja hier oder doch nicht naja gut machen wir das ding mal aus und dann hier sprich mit dem sergeant warum ich bin doch hier bei johann und wo ist der sergeant das bist du oder alle erschießen oder was wir hören in den verdächtigen du bist ein verdächtiger das ist schön ich weiß immer noch nix junge du siehst so verdächtig aus junge du hast schulden aha aha und du hast was ich habe gerade mal nichts verstanden das ist ja schon klar und du spazierst hier rum wehen kiffer reihe ist kraft da war doch was ach so wir hatten hier eine basken mütze auf hier gibt es keine keine sonstige infos ja dann gucken wir mal auf dem lokus von her da kommen wir auch nicht drauf der bär war es der bär war es guckt ich bin mir sicher also ich bin ich bin sehr sehr sicher das kann ich ja hier irgendwas hier ob da irgendwelche schlangen ich glaube nicht schlangen also tür zum lager dazu ok ja ich finde hier nichts dann gehe ich mal nach hinten cookie cookie lucky lucky machen finde die mordwaffe und finde die leiche durchsuche die leiche wissen die leiche da ist ja die leiche cool ne 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 eine uhr vm aha jetzt muss ich nur noch die waffe finden scheiße kann sich ja nur noch ein stund mann wo ist denn hier in der waffe da ist keine waffe ist das eine waffe nein das ist in der gabel löffel gabel löffel eine gabel löffel wo soll ich denn hier eine waffe finden also ihr habt echt idee hier wird eine waffe sein hundertprozentig nein wird das nicht verdammt ich will hier raus hier ist keine waffe ah spure cool ja so findet man die mordwaffe glaube ich hoffe ich ein küchenmesser ein küchenmesser aha sprich mit dem sergeant vm wesen vm das ding hat doch hier vm nein ich will erstmal wissen wer vm ist ich weiß nur wer im ist aha 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 du bist es nicht du bist es nicht ist das wieder dieser basken typ ja vm also der wasser war das was okay glaube ich gott wo ist in ihren garten wahrscheinlich dass die hier hinten ist das ein garten hier das sieht aus wie ein klo nicht wie im garten verdammt was in ihren garten junge 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 oder ist doch das hier gemeint aha ein hund sie hatten und das gibt mir zu denken sherlock zigaretten und ein hund das bedeutet natürlich nichts gutes das ist also wenn das hier im garten ist dann weiß ich auch nicht was hallo was war das denn okay also den barmann die reinigungskraft und den anderen typen da nicht gehen lassen oder was also irgendwie das ist die reinigungskraft oder der dann versuchen wir es mit dem ersten nähe junge 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 ja aber nur mit der waffe verdammt schon wieder was ist das na ja ich weiß ja dann lasse ich halt die mitte gehen oder was wo ist er denn diesmal habe ich richtig entschieden oder naja gut also wenn der basken typ noch da ist dann ist er der mörder aber 1000 pro der ist aber nicht mehr da doch da ist also da ist gut wer ist denn nicht gitter was also das ist also der ist es wahrscheinlich nicht so und du bist der timur du also entweder der oder der timur oder reinigungskraft würde ich einfach mal sagen ich würde mal sagen ich lasse die ersten weg gehen sage ich es einfach mal so die sind das beide hier gut also wenn ich es kaputtgeschlagen werde dann ist es einer von den gewesen von den anderen oder das habe ich eine verbindung zur kgp der mann wird heute noch getötet timur timur du altes stück verräter 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 Äh, nun, bla bla, äh, verhaften natürlich. Als Kommunist kann ich nichts anderes machen. Dich schon. Hehehe. Äh, mit dem, äh, in einem Akt der Versfeilung zieht Timur anstatt Schuhversteckter, äh, äh, Messer raus, schwingen wir sie in seine Richtung. Äh, blablabla, überschließt die Situation. Überschaltete Mörder wird man einen Schusswaffe in Gang rausgebracht. Schusswunde, nicht eine Schusswaffe. Jo, finde ich gut. Prozess, super. Ach, 800 Tacken. Und hier wartet ja immer noch unser Freund mit dem Reptil, äh, Schlangen. Komm du mal raus, komm du mal raus. Also keiner hat gesagt, dass du wieder rein darfst. Oder? Oder? So, äh, ich hab hier, meine ich, irgendwo eine Schlange gesehen. Aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Halt die Klappe. Ich hab heute schon einen erschossen oder erschießen lassen. Oder whatever. Ah, ich bin mir versichert, dass ich hier irgendwo eine Schlange gesehen hab. Junge, Junge, Junge. Ach, ach, das Fenster ist auch kaputt. Lichter an. Ja. Und da habe ich schon geguckt, glaube ich. Das ist nix hier. Äh, Papiere. Papiere. Ja, 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 ja. So, also. Äh, eine Scheibe kaputt. Äh, zack. Moment. Vorne und hinten fehlen, äh, also zweimal Stoßstager. Zack. Mindestens ein Reifen ist kaputt. Eins, ja. Ein Reifen kaputt. Äh, Spiegel, Spiegel, Spiegel. Und dann Lampen. Lampen, 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 Lampen. So, das sind schon mal vier, vier Verstöße. Vier, vier, Junge. Mit vier kommst du nicht rein. Ja, mit vier kommst du nicht rein. Dann gucken wir noch. Aha. Gut. Kennzeichen. IHH77. 77726RZ. Stimmt. Ismail. Was? Ismail. Ismail. Baschkiri. Baschkiri. NH4V. 1FKJ. Oh, ho, ho, ho. Juni. Juni. Sager 53. Da muss ich erst mal gucken, was ein Sager 53 ist. Ah, ein Sager 53. Das ist nicht ein Sager 53. Würde ich mal Fahrzeug tippt. 990 Kilo. Tüte. Ja. Es war nett, dich kennengelernt zu haben, mein Freund, aber geh nach Hause. Bitte. Ja, genau. Das hat er vor dir auch schon gesagt. Hehehe. Hehehe. Gut. Ähm... Graues Fahrzeug. 53 EAU. also ich werde mir das nie merken was was war denn noch kaputt autoscheiben eine autoscheibe habe ich nicht gefunden keine ahnung bei dem stimmt ja gar nichts bei dir stimmt nichts kann man das g naja ja 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 sicher was meint hat er kann gar nichts oben gewöhner gucken hier ist nix reifen eine ziege eigentlich sieht das eher aus wie ein bock aber wird so eine ziege ein bach vor zwei ziegen aha wo ist die zweite ziege aufgefressen unterwegs kann man rauf kommen darauf jy y das stimmt aber nicht kennzeichen stimmt nicht assam 72 ein assam wir sind ein assam ja das könnte hinhauen maximal gewicht 2030 kilo gucken wir mal stimmt also kann man kommen darauf 41 was nummer 41 31 t6 h1 das stimmt sogar märz 81 ist ein bisschen ungültig bei dir stimmt die absolut nichts mein freund aber gut das gucken wir mal den technischen zustand des fahrzeugs muss ich machen will ich auch nicht so was haben wir denn eine stuchstange fehlt einer stuchstange fehlt ein spiegel fehlt eine scheibe fehlt ein spiegel ich muss mal einsteigen ja ja so wir werden fertig mein freund du kommst du nicht schrei nächster zeiten der haut ab das stimmt ja gar nichts an dem auto immer noch wenn ich dann irgendwo hier stimmt ja nichts das ist eine schrottkiste ist das würde man das hier mal also ich würde so etwas nicht sagen genüsse wenn ich gerade in der kontrolle säße nicht ja einmal wieder und du gibst mir mal deine dokument die naja ja 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 so wir stellen fest ich mache mal die schon ja 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 ich nichts verstehen so eine stoßstange fehlt ja jetzt weiß ich natürlich nicht ist hier ein fenster drin ich glaube ja ein karossierie karossierie toll fehlt dazu licht geht ein reifen kaputt ein reifen kaputt ein reifen kaputt vielleicht noch hat er nicht irgendwo eine kaputt hat er nicht irgendwo eine kaputte scheibe so 4 3 1 9 4 3 1 9 y h so kassander wolkow volkhoff also doch kassander volkhoff kassander volkhoff juni oktober 932 die y 9 und zwar ein das ist nicht so ein das ist doch so wird verdammt maximalgewicht 1520 das war ja mit ladung hat hier irgendein huhn ein zeichen von der schlange nein gut dann sehen wir mal 123 123 komandiert ja mach mal mach mal aber ich glaube die folge wird ein bisschen lang jetzt wird gewogen eigentlich mit dem fahrer eigentlich mit dem fahrer ist ja ein maximal zulässiges gesamtgewicht war sie okay ja genosse ja was denn jetzt so was haben wir denn hier hühnchen drei reinigungsmittel das stimmt aber die andere besondere zeug stimmt nicht du hast hier kaputte teile also tschüssi kowski und ich wünsche viel spaß da wurde auch immer herkommen doch es ist gerade vorbei und ich habe eine mp in der hand also ich würde mich verschüssen an einer stelle und zwar ziemlich plötzlich nächster aber das wird wirklich eine lange folge was was ach ich habe das nicht markiert verdammt also komme ich ja nie an geld ja komm halt die klappe steigt aus sonst puste ich dir die birne weg echt jetzt junge kennt ihr das sinnlos im weltall kann sein dass du dir das ganze im knast anschauen kannst ich bin nämlich nicht gut gelaunt wollte ich nur mal angemerkt haben hier sehe ich auch nichts gut licht an machen die licht da so licht ok also ein reifen ein scheidewerfer reifen scheidewerfer hier fehlt eine stoßstange eine stoßstange ein reifen ein reifen zwei reifen oder habe ich das schon ich weiß nicht muss ich mal gucken habe ich schon so das werden wir jetzt natürlich auch aktuelle bestimmungen ja weil ql y 208 die dort stimmt schon mal alex jay alex jay boris of boris of boris of 0 war dann 0 10 9 6 9 k november juni da muss ich noch zählen gehen ja 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 dann zählen wir mal ein ich will das schnell machen der geht eh nicht rein so acht hühner und ein schwein acht hühner ein schwein das stimmt schon mal aber ich darf dich leider nicht rein lassen also beim besten willen nicht foto muss noch gucken foto hier kommst du nicht rein also ich will ich ausnahmsweise nicht verhaften ausnahmsweise doch auto kaputt nächster immer noch eau eau fahrzeug grau ja tschüss kowski hier ist ja unser eau freund gibt's da geld für warum nicht warum so aber der hier der schmuggelt hundertprozentig schmuggelt er ich sehe doch hier reptilien ein messer ein messer ist die nummer fünf koks cool ja 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 als ob ich das machen wird also wirklich also junge so viel koks ist schon ganz wertig ne also ist hier was man hatte sonst noch irgendwo was wir werden hier aber viel aufschneiden müssen so erstmal machen wir deine reichen bisschen platt ja 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 noch mehr drin noch einmal koks koks gibt wenigstens geld ich gebe dir gleich du hast du auch immer saß alles ausladen alles ausladen alles ausladen ja 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 tja ist die ladung etwas sauber ich glaube es nicht das ist die nummer vier käse käse ja gut dann also da noch hier stimmt verdammt vier ja ich war schon bei der vier lecker bier was kann ich hier noch kaputt ich meine überprüfen zwei nicht das hier du bist ein schwer verbrecher ein schwer verbrecher wie seht ihr was ich sehe ich sehe eine schlange aha 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 so nehmen wir dich mal fest mein freund freundchen 35 minuten aufdage schon leckum machen wir jetzt zu du passt auf du du hallo lass mich hier durch ja du räumst dir mal auf wo habe ich denn nicht gesucht frontgrill so freunde ich gehe die beiden abliefern und das zeug verkaufen und wir sehen uns in der nächsten folge wieder bis dahin tschüssi kowski genosse so 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 Untertitelung des ZDF, 2020